Was war denn das? Die schieben das Zeug aber auch mit sich herum. Ist ja raffiniert, man kann den Drachen also ausstehen, wenn man irgendwo in eine Hütte kommt. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ich muss eigentlich da lang. Aber es sieht aus, dass es eher der falsche Weg ist. So, Trank der Ausdauer brauche ich jetzt nicht, ich warte immer mal kurz ab. Ich lasse mal meine Flammen, die ist mal drin. Ich klaue euch noch ein paar Beeren, da ihr sie nicht haben wollt. Ne, da muss ich nicht lang. Oh Gott, wo muss ich denn hier hin? Bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Ja, ich muss erst mal hier umqueren. Irgendwann muss ja dieser Berg immer vorbei sein. So, hier muss ich, bringe ich den iPhone, markierter Ort, nein, ich will eigentlich hier hin. Da platzieren. Wow, das ist ja mal eine Grafik hier. Ich speichere lieber ab. Ah, ist da nur Robbe. Ähm, tut euch hier abspeicher. Ich weiß nämlich nicht, ob ich hier gleich abstürze. Da hinten muss ich hin, okay. Okay. Ich muss hier aufpassen wegen den ganzen Tieren. Ich muss hier durch an den Silbersandtiger vorbei, den ich nicht alleine bewältigen kann. So, ich versuche mal den Weg zu nehmen. Jetzt sind ja zwei Wege zum Ziel. Okay, was ist denn hier los? So, wieder ein Buch gefunden. Ein Schrein aktiviert. Ich glaube, ich speichere lieber dreimal mehr als dreimal zu wenig. Ich weiß nicht. Das da hinten ist nur eine Ziege. Ist in Ordnung. Gegen Ziegen habe ich nicht. So ganz so ruhig sind. Moment. Im Moment bin ich den Tiger noch gut ausgewichen. Ich bin gleich da. Meine Gitter. Also die Wölfe kriege ich noch alleine hin. Das war's aber auch. Okay. Mal gucken. Ich bin da mein Ziel angelangt. Ich muss da hoch. Da oben ist mein Ziel, nicht hier unten. Okay. Mal gucken. Dass ich irgendwie da hochkomme. Ohne von einer wilden Bestie angefallen zu werden. Das wäre ja nicht so mein Fall. Um ehrlich zu sein. Ich versuche mal den Weg hier. Okay. Okay. Mal. Ich versuch mal die 20. gehe das nicht so schlecht. Das war nichts. Ich versuch keiner die Vier. Ich versuch mal die Säbelt an. Die Tiegei ist das geringste Problem. Okay, ich muss also da oben kurz davon abspeichern. Ich bin auf dem richtigen Weg. Da wo Gegner sind, heißt das immer, dass da immer irgendwas ist. Speichern. So, sauber trinken. Okay. Ähm, läufst du mal? Was ist mit dem los hier? Boah, der läuft nicht mehr. Oh, Mann. Was war denn das jetzt so ein Scheiß? Ähm, Zaubertränker. Also wirklich, wenn der nicht mehr läuft, dann habe ich hier ein Problem. So, abspeichern. Ich bin einfach mal stehen geblieben, hat sich nicht mehr bewegt. Ich frage mich, was da gerade echt gerade los war. Komm, lass mich endlich mal ankommen hier. Komm, lass mich endlich mal ankommen hier. Und schnell speichern, damit ich diesen Punkt habe. Für einen Schnellreizepunkt. So. Ich lasse es mit dem Schloss. Jetzt kriege ich eh nicht auf. So. Dann hänge ich da noch die nächsten drei Stunden dran. Ähm. Muss ich hin darüber. Ah, jetzt war ja keine Brücke. Wo ist denn die Brücke? Ach, du Scheiße. Ich werde ja fast runtergesprungen. Äh, hier lang? Also von Abgrenzung haben die Ohren nie was gehört. Na komm. Na komm. So, weiter geht das. In diese komische Höhle. Und danach ist für mich heute erstmal Pause. Oh, man, oh man. Hey, jetzt kommt's für eine Range-Lemonade. Hehehe. Ich weiß, dass ihr es für euch habt. Na, Range-Lemonade werde ich morgen mal runterladen. Ich glaube, ich warte doch nicht auf das nächste, äh, auf den nächsten günstigen Preis. Ich glaube, ich werde euch mal vorziehen. Ich will auch. Ich muss da halt noch 21 Euro organisieren. Hehehe. Pionale-Spiel auch. Damit wir uns nur die Spiele nicht teilen müssen. Eigentlich... Fehl mir Fuchs. Na ja. Ne, dann können wir zusammenspielen. Ist doch, äh, Multiplay. Ich muss da nach deine Aufgabe. Ne, ne? Meine Flaschen einsammeln. Du sagst, aber nicht. Wir werden schon jetzt bei dieser Klinge machen. Okay. Jetzt müssen wir noch mal kurz dazu. So. Gut, weiter geht das. Ähm. Wo muss ich denn jetzt so lang? Ich muss doch halt etwas größer. Bionale hat den Raum verlassen mit dem Baby. Ähm. Ich mach mal kurz... F9. Ich lass mich jetzt mal überraschen. Ich habe diesen Ort ja kennengelernt hier. Ähm. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Wie komm ich jetzt hier raus? Wie komm ich jetzt hier raus? Wo ist das? Ich weiß, dass er es für euch ist. Ich weiß, dass er es für euch ist. So. Ne, eigentlich wollte ich da nicht hin. Ich will die Hülle verlassen. Um zu schauen, ob ich da... Komm. Komm. Ob ich hier auch hinreißen kann. Denn ich glaube, ich brauche jemanden, der mir hilft. Okay. Himmelsrand. Gut. Dann gucke ich mal auf meiner Karte. So. Um zu schauen, ob ich mir einen Gefolgsmann holen kann. Nein. Weltkarte. So. Jetzt kann ich hier hinreißen. Das bedeutet für mich, ich mach für heute Cut. Ähm. Hol mir irgendwie Lydia oder sonst wen. Die schicke ich dann mir als Kanonenfutter vor. Und dann kann ich auch demnächst weiterspielen. Aber erst in der nächsten Runde. Bis dahin hoffe ich Spaß und Tschüss.